Herzlich willkommen zu den Cube Audio Tontechnik Tipps. Heute geht es um das Upright Piano oder auch Pianini genannt. Wie man einen möglichst schönen, warmen Klang erzeugen kann und wie man das Ganze mikrofonieren muss, das wird euch Götz heute zeigen. Viel Spaß dabei. Ein Klavier, ein Klavier. So, der Unterschied zwischen so einem Klavier und einem Flügel ist natürlich dort, wo der Klang entsteht. Der ganze Stimmstock, die ganzen Seiten, die sind nämlich bei so einem Klavier hochkant, während die bei einem Flügel ja flach liegen. Und deswegen strahlen Flügel nach unten und nach oben ab. So ein Klavier, aber nach hinten und nach vorne. Und das ist durchaus ein Nachteil, denn diese Klaviere stehen ja meistens an der Wand. Das heißt, der Klang, der nach hinten weg geht, geht schon mal ins Nichts. Der Klang, der nach vorne weg geht, geht hier in das Holz. Und was man schon mal machen kann, ist, man holt sich einfach dieses Klavier mal zwei, drei Meter von der Wand weg und schon kann sich der Sound hinten entfalten. Man hat einen viel, viel besseren Klang. Wenn man jetzt Live-Aufnahmen macht, kann man das meistens nicht auseinandernehmen. Da will man ja auch möglichst wenig Übersprechen haben. Und dann kann man einfach oben in den geöffneten Deckel ein XY reinhängen. Und genau das machen wir jetzt mal und hören es das an. So, hier haben wir jetzt das XY einfach reingehängt. Eben Vorteil, bei Live-Konzert wenig Übersprechen. Und ich spiele jetzt einfach mal ein paar Töne. Auch wenn das Klavier jetzt nicht so perfekt gestimmt ist, man kann, glaube ich, ganz gut das Stereo-Bild und auch das Volumen des Instrumentes einschätzen. Und was wir jetzt mal machen, ist, wir bauen jetzt mal die beiden Teile vorne ab und schauen mal, wie das dann klingt. So, jetzt nehmen wir mal hier die Teile ab. Das obere Teil hat hier so zwei Verschlüsse. Die kann man da außen einfach lösen und dann kann man das hier abbauen. Jetzt kann man natürlich hier schon ganz schön die Mechaniken sehen, wie das funktioniert alles. So, und unten kann man es auch noch auseinander bauen. Und jetzt kann man ganz schön überall die Seiten sehen und jetzt kann das ganze Teil auch nach vorne hin richtig frei klingen. So, wir haben alles abgebaut. Die Mikrofonie ist wieder ganz identisch wie vorhin auch. Und jetzt kann das Ding richtig frei nach vorne klingen. Ich spiele noch mal ein paar Töne, damit man das hören kann. Ich glaube, ich kann man ganz gut sehen. Was man auch live machen kann, wenn die Mikrofone nicht so doll zu sehen sein sollen, ist, dass man die beiden in den unteren Bereich tut oder eins der Mikrofone nach unten baut. Es gibt auch einen sehr, sehr tollen Klang. Zum Schluss wie immer die Auflösung, wie wir es aufgenommen haben. Komplettes, unbearbeitetes Signal habt ihr gehört. Wir sind einfach mit den Mikros in eine alte M-Box gegangen. Das war es. Nichts dran geschraubt. Ganz simpel. Dann haben wir ganz neue Termine für unsere Workshops. Erst mal ein alter Termin, unser fortgeschrittenes Seminar. Ein ganzer Tag Producing und ein ganzer Tag Mixing. Da sitzt ihr hier auf diesem Stuhl am Pult und mixt am 12. und 13. Februar 2011. Da gibt es noch einen einzigen freien Platz, weil wir das hier in einer kleinen Fünfergruppe machen. Meldet euch an. Ist ganz spannend. Dann unser klassischer Kurs Tontechnik, Mixing, Recording, Producing. So der Rundumschlag sozusagen. Neuer Termin am 19. und 20. März 2011. Wir haben einen neuen Termin für unseren E-Gitarren-Workshop mit Andor Arnold. Am 12. März geht es rund um E-Gitarre, ums Instrument, ums Sound machen mit Plug-In, mit M, mit Treten, das komplette Programm. Und einen Tag später am 13. März unser Music & Money Seminar. Auch super spannend. Da kommt nicht der Money, sondern da kommt nämlich der Friedl vom Label Fuego. Und der erzählt natürlich das klassische Thema. Was ist mit GEMA? Was ist mit GVL? Was ist mit Label? Wie funktioniert das Ganze? Aber mit einem besonderen Twist, nämlich Blick auf die heutige Zeit, Blick auf Selbstvermarktung von Musikern, Blick auf, wie funktioniert das Ganze im Internet. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann drehen wir wieder ganz viele neue Folgen. Deswegen brauchen wir wie immer Feedback, Themenwünsche, Fragen von euch an uns. Wie immer Podcast at Cube Audio. Ihr kennt das Spiel. Jetzt muss ich nochmal die Werbung und den Link für das Seminar nachschieben. cubeaudio.de slash Seminare. Da kann man sich anmelden und Fragen stellen könnt ihr an podcast at cubeaudio.de. So, Zettel weg. Ich mache Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Kannst du das mal mit Liebe machen, Nico? Willkommen zu den Tontechnik, Cube Audio, Tontechnik. Ist Cube Audio zusammengeschrieben? Ja. Das Upright Piano oder auch Panini. Nee, wie heißt es denn? Oder auch das Pi-Up-Panini will ich immer sagen. Pianini? Kann mir das einer mal auf den Zettel schreiben? Das ist übrigens der Bruder von Pinocchio. Pianini. Pianini. Herzlich willkommen zu den Cube Audio... Hey, Cube Audio. Cube Audio. Herzlich willkommen zu den... Ich kann nicht. Herzlich willkommen... Das ist eigentlich nur die ich so beobachten fühle. Das fühlst du immer so. Pssst. Pssst. immer so. Pssst. Psst. Vielen Dank.